Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 3. Dezember 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 922. Heute habe ich die folgenden Themen für euch. Stitcher, Android 11, AVM, WLAN-Repeater, Flick, Homepass und Revolut. Ich beginne gleich mit Stitcher, der Geek Talk Daily Podcast, aber auch die anderen, die grossen vom News und Interview etc. Podcasts sind wieder neu auf Stitcher. Wir waren lange darauf, irgendwann mal nicht mehr und jetzt sind wir wieder da. Keine Ahnung, weshalb wir weg waren, aber wir sind wieder da. Wer also uns über Stitcher hören möchte, kann dies in der Zukunft auch wieder tun. Schöne Neuigkeiten auf Ende des Jahres gibt es aus dem Hause Android oder zumindest mal jetzt im ersten Teil für Sony-Smartphone-Besitzer. Zumindest wenn ihr einen Sony Xperia 1, 2, einen Sony Xperia 5, 2, einen Sony Xperia 10, 2, einen Sony Xperia 1 oder einen Sony Xperia 5 der ersten Generation habt, dann bekommt ihr beim allerersten, was ich genannt habe, ab Dezember 2020 ein Update, bei den anderen ab Januar 2021 und bei den letzten genannten, bei den älteren Geräten, ab Februar 2021 ein Update auf eben genanntes Android. Da kommen mit dazu neue Chatmöglichkeiten, die Gesprächsblasen, Bildschirmaufzeichnung, oh, endlich, liebes Android, genau, Audioauswahl etc. Also ein paar Funktionen, die man auf jeden Fall gerne mitnimmt. Weiter geht es mit Samsung und auch da geht es um Android 11, denn auch die bekommen Updates. Samsung hat jetzt kommuniziert, welche Geräte wann was bekommen, beginnend bei den grossen von Samsung Galaxy 20, 20 Plus und die ganzen oberen Versionen, Note 20, Galaxy S10 und auch da die Notes, die gefalteten Geschichten etc., die bekommen allesamt im Januar 2021 ihre ersten Updates auf die One UI 3.0. Weiter geht es dann mit der Vollreihe von den älteren Generationen und auch ältere Geräte, die sollen dann im Februar respektive im April des kommenden Jahres mit dem Update ausgestattet werden. Ich bin mal gespannt. Dann habe ich, weil ich immer wieder gefragt, welcher dieser tollen AVM-Repeater denn jetzt der richtige für einen sei, einen schönen Sammelbeitrag geschrieben. Also ich habe einen Sammelbeitrag geschrieben, ob er schön ist, das müsst ihr beurteilen, vor allem ob er sinnvoll ist. Da habe ich beschrieben, was der Fritz Repeater 600, Fritz Repeater 1200, Fritz Repeater 2400, Fritz Repeater 3000. Mein Gott, ich bin aufs Tempo. Genau, die einzelnen Repeater auseinandergenommen, erklärt, für was sie genutzt werden können, sprich Einsatzgebiet und was sie können und das Ganze schön zusammengefasst mit ein paar Bildchen und da, wo ich hatte, auch dem YouTube-Video zu dem jeweiligen Gerät. Wer sich also dafür interessiert, ab sofort habe ich immer eine kurze Antwort, nämlich der Link zu dem Blogpost. Es tut sich was im Bereich Smart Home und da die Ikea-Click-Dinger leider noch immer nicht da sind, freuen wir uns über Flick. Flick ist ein schwedisches, norwegisches, ein nördliches Gadget, was mal aus einer Kickstarter-Kampagne herausgekommen ist und jetzt dann auch in der zweiten Version da über eine Kickstarter-Kampagne herausgeflogen ist und endlich jetzt eine HomeKit-Anbindung liefert. Das ist toll, weil die kleinen Buttons, nicht die günstigsten, aber praktische und vor allem kompakte Buttons, können jetzt mit drei Dingen belegt werden. Einmal pushen, zweimal pushen und gehalten lassen, also gedrückt lassen und damit lassen sich dann einzelne Funktionen abfeuern. Finde ich toll. Ich brauche solche Flicks, glaube ich. Genau, weiter wir bleiben bei HomeKit und bei einer extrem praktischen App, die jeder HomeKit-Nutzer haben sollte, HomePass ist nämlich eine App, wo ihr eure ganzen Geräte managen könnt, denn wer es noch nicht weiss, wer mal den Code verliert und das dann wieder mal installieren möchte, kann auf Probleme stossen. Deshalb solltet ihr vielleicht den Code Sorge tragen und das lässt sich am einfachsten eben über diese HomePass-App, welche in einem Beitrag mit verlinkt ist. Ich nutze die schon seit längerer Zeit und die gibt es jetzt auch für macOS Big Sur in der grossen Version, sprich in der macOS-Version. Sehr, sehr praktisch, wenn man das jetzt auch am Rechner nutzen kann. Zu guter Letzt habe ich noch Neuigkeiten für alle, die Revolut nutzen, denn die haben früher, also gestartet als App, dann gab es die Möglichkeit im Business-Kontext, also wenn man ein Business-Konto hatte, auch einen einfachen Zugang über den Web-Browser zu bekommen. Das gibt es jetzt für alle und da kann man nicht alles, aber einige Dinge regeln, auch Junior-Konten etc., was das genau ist, wenn ihr es nicht wisst. Geht mal auf den bogipsi.ch-blog vorbei, slash tag slash Revolut, da habt ihr das eine oder andere Artikelchen in die Richtung und auch eben die Junior-Karten, die da es gibt. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte, aber da ich es in den letzten Tagen immer wieder verpasst habe und wieder vor mich hingeschoben habe, natürlich gibt es auch ein neues auf dem YouTube-Channel. Es gibt ein Video-Rig für das Smartphone, es gibt ein Sateshi USB-C Wireless Charging Dock, es gibt eine Smartphone-Halterung fürs Auto und mein Video zu dem Lenovo-Event, wo ich vor ein paar Wochen war und das X1 Fold, das Nano und das Razer gesehen habe. Wer also mag, darf gerne rübergehen und ach ja genau, gerade heute online gegangen, das Samsung Clean Station und Spinning Sweeper, mein Video dazu, ist jetzt auch online. Und so, genügend der Selbstwerbung, euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, morgen wieder. Bis dann, euer Bogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.